Hallo Leute, willkommen zurück zu Faktorio mit Bob Smots und wir sind wieder hier bei unserer Produktion für Raketentreibstoff, denn das letzte Problem, das wir hatten, war der Wasserstoff und jetzt hatten wir zu viel Sauerstoff, darum habe ich hier noch einen Tank hingemacht, sodass wir sicherstellen können, dass wir hier nicht zu viel Sauerstoff produzieren, sodass wir keinen Wasserstoff mehr produzieren, sodass wir kein Wasserstoffperoxid mehr produzieren und dass wir dann kein Hydrazin mehr bekommen und somit auch kein Raketentreibstoff. Und wir sind fast da, vielleicht habe ich noch Produktionsmodule, hier können wir auch welche reinpacken, dann sollten wir mehr rausbekommen fürs gleiche Geld oder zumindest für die gleiche Menge an Materialien. Und so wie es aussieht, haben wir 22 Satelliten hergestellt, aber erst sieben Raketen gestartet, das heißt, wenn wir hier schauen, die Bänder sind alle voll bis auf Raketentreibstoff. Und Raketentreibstoff wird auch hier benötigt für den Satellit. Und erst wenn hier die 100 drin sind, dann wird wahrscheinlich auch Raketentreibstoff weiter zur Rakete fliessen. Aber ich denke, wir machen hier mal noch etwas Produktivität rein. Wir könnten auch etwas Speed reinmachen, das aber vielleicht eher hier auf dieser Seite, wo wir die einfachen Produkte haben, oder hier, wo wir nur wenige Maschinen haben. Da könnten wir dann gut noch verdoppeln, aber da, wo im Prinzip die Eingangsstoffe wertvoll sind, da macht Produktivität mehr Sinn als Speed. Und hier haben wir bereits 120 Prozent Produktivität, also mehr als das Doppelte, was wir hier rausbekommen. Und ich denke, hier habe ich einfach ein bisschen warten müssen, bis ich die notwendigen Produktivitätsmodule habe, hier für alle Chemieverbrechen. Hier, hier, hier und möglicherweise auch hier. Wobei, wenn ich mir das hier anschaue, da laufen nicht mal alle Maschinen, weil hier ist der Tank voll, ist man effektiv am Hydrazin. Aber jetzt scheinen alle Maschinen hier zu laufen, weil es zumindest gut ist. Und wenn wir hier auf unsere Bänder schauen, die sind hier zumindest am Anfang alle voll. Aber wir forschen nicht, weil es uns an den Wissenschaftspaketen... Ah, da kommt wieder eine Ladung, das dürften 1000 Fläschchen sein. Aber, ähm, wenn wir hier mal schauen... Wir müssen natürlich im Mittel... Muss das, muss das stimmen. Und da haben wir momentan 2000 von der Weltraumforschung, fast gleich viel von den roten Fläschchen. Und dann kommen die blauen und die grünen, die violetten, die pinken und die gelben. Und wahrscheinlich für unsere Forschung... Ja, hier brauchen wir die Militärforschung da und für diese, aber wir brauchen sie nicht bei jeder Forschung. Drum taucht die Militärforschung da gar nicht auf. Aber ich denke, sobald wir das, ähm, etwas gepimpt haben, ähm, sollten wir dann eigentlich auch in der Lage sein, hier etwas, äh, etwas Backlog für den Raketen Treibstoff hinzubekommen. Denn die, äh, Produktion, das Herstelltempo hier ist nicht sehr schnell, ähm, zumal wir keine, keine Beacons da dran haben. Und, äh, dann sollten wir hoffentlich etwas konstanten Output haben bei der, ähm, Weltraumforschung Wissenschaftspakete. Ich habe nur sechs der zehn, äh, Chemiefabriken hier mit, äh, Produktivität ausgestattet. Und wir sehen, nun haben wir, äh, so viel Raketen Treibstoff, dass er sich zurückstaut. Und die Raketen Steuereinheiten sind effektiv das, äh, woran es uns nun mangelt. Und zu diesem Zweck habe ich hier die Maschinen, äh, abgerätet, damit die etwas schneller produzieren. Auch das Band hier auf Rot, denn, äh, hier, sehen wir, äh, da bekommen wir nicht überall genügend Prozessoreinheiten mit an den Start, sodass wir durchgehend produzieren können. Wenn wir jetzt mal schauen, über die letzten zehn Minuten, wie viel, äh, Wissenschaftspakete für, äh, äh, Weltraumforschung wir hatten, dann waren das, äh, 2000. Vor ein paar Minuten waren es noch 3000. Das heißt, wir haben zwei bis 300 pro Minute. Wenn wir 300 haben, dann wären das, äh, 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 fünf die Sekunde, äh, was im Wesentlichen, äh, dann mehr ist als die vier, äh, Fläschchen, die wir letztes Mal gesehen hatten bei der, äh, ich glaube, äh, ich glaube, die roten Fläschchen waren es. Ähm, und ich glaube, wenn wir dieses Tempo bei den, äh, bei den Wissenschaftspaketen für, äh, äh, Weltraumforschung behalten können, äh, dann sind wir auf einem guten Weg. Wenn wir hier schauen, das, was es uns momentan mangelt, sie ist die Militärforschung, denn die haben wir abgedatet, die haben wir abgedatet, aber die ist noch, äh, recht rudimentär. Darum machen wir doch auch hier mal ein Update drüber. Und gleich noch eins, weil es so schön war. Ähm, und dann ist das wahrscheinlich wieder eine Frage von, äh, wir haben zu wenig Material hier. So, machen wir das mal auf, äh, auf Gelb. Hier brauchen wir schnellere Greifarme, so wie es aussieht. Rot ist so relevant. Ja. Aber dann brauchen wir da Gelb. So, hier genügend Kohle mit ranbringen. So machen wir dieses Baum hier mal auch auf Gelb. Und hier warfen alle Maschinen. Wenn wir da noch einen Schritt upgraden. Wie sieht's dann aus? Ja, dann haben wir hier unten wieder das Problem, dass wir zu wenig Rucksatz bekommen. Komm, hier haben wir auch noch, äh, recht das schnelle Band. Das sollte auch etwas helfen. Ja, und vielleicht brauchen wir hier. Ja. Einen schnellen Treifen. Und bevor wir dann das paar Gelb. Dann sollten wir hoffentlich genügend genauer bekommen. Bekommen. Nicht. Wenn wir den updaten. Hmm. Okay. Dann machen wir das anders. Dann füllen wir die Ziegelsteine so ein. Dann sollten wir eigentlich immer genügend haben. Und jetzt laufen auch alle Maschinen wieder. Sehr gut. Dann, wenn wir unsere Produktion anschauen. Ähm. Ich blende mal die, äh, die, äh, die Wissen, die Weltraumforschung aus. Denn die hat immer so hohe Peaks drin. Äh. Und dann können wir quasi den unteren Bereich, äh, besser, besser sehen. Und ich nehme an. Und ich nehme an. Ah. Unsere Forschung hier ist sie. Die für Militär, da sind wir jetzt auf 160. Das 160, das sind, ähm, nicht ganz drei Pakete pro Sekunde. Ähm. Wenn wir da aber die Produktivität reinpacken, dass wir 200 haben, dann sollten wir hier einen Anstieg sehen. Und wir können das überall machen. Ähm. Hier haben wir wahrscheinlich auch ein schnelleres Vordergrund. Ähm. Hier haben wir wahrscheinlich auch ein schnelleres Vordergrund. abgeten. Und hier reicht das. Und hier reicht das. Und wahrscheinlich wäre es nützlicher, die hier reinzupacken. Und da haben wir eher die, die Materialien, damit wir auch produzieren können. Denn Produktivität in einer Maschine, die nicht produziert, nützt überhaupt nichts. Jetzt. Hm. Blicken wir hier mal kurz. Und hier mal kurz. Denn wir wollen hier ja sicherstellen, dass wir genügend produzieren. Ähm. Und ja, jetzt sind wir wieder bei einer Forschung, die keine Militäre braucht. Drum schaut es sich. Aber ich denke, hier muss ich noch etwas mit, äh, mit Produktivität nachhelfen. Und vielleicht auch hier, äh, unten, ähm, damit wir genügend, äh, Materialien, äh, bekommen. Und da frage ich mich. Okay. Unser Kohleband ist nicht voll. Es ist nicht voll. Weil wir hier dazwischen überall, äh, schon was, äh, was wegnehmen. Okay. Dann machen wir hier weiter. Ähm. Okay. Versuchen wir alles erstmal auf die sechste Stufe zu bringen. Das heißt, da wo wir noch nicht auf der sechsten Stufe sind, müssen wir noch etwas nachhelfen. Okay. Und dann können wir hier wahrscheinlich ein zweites Band anschließen. So. Und so. Und dann sollten wir hier ein volles Band an, äh, an Kohle rausbekommen. so dass wir nicht zu wenig haben, so was wir auch immer brauchen. Und dann stehe ich wieder mal eine Weile in der Gegend rum, bis ich genügend, äh, Produktivitätsmodule haben, um dieses Setup zu pimpen. Und dann ist wahrscheinlich die, die blauen Fläschchen sind dann wahrscheinlich das nächste, äh, was wir angehen müssen. Gelb schwingt oben aus, dann haben wir die Wissenschaftsmilitär, dann kommt, äh, die roten und dann die blauen. Blauen und Zubehör. 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 Produktion. Zubehör. Sind das die grünen? Fläschchen. Sind das die grünen Fläschchen? Das sind die grünen Fläschchen. Okay. Dann werden wir die grünen Fläschchen als nächstes anschauen. Dann wollen wir mal schauen, woran es hier bei den Grünen mangelt. Und ich denke, es sind hier die Kugelnager. Ja, irgend zu wenig Schmiermittel. Das müssen wir ja auf die Reihe bekommen, wenn wir da ein bisschen mehr Schmiermittel an den Start bekommen. Und das ist bekanntlich hier unten bei der Ölverarbeitung. Hm. Suchen wir einfach mal mit... Suchen wir einfach mal mit... ...Module reinmachen. Dann sind wir fast tausendmal so schnell. Und dieser Tank füllt sich im Nu. Und sobald das Schmiermittel hier oben angekommen ist, müsste das auch einen sichtbaren Effekt haben. Die Frage ist allerdings... Sind wir dann hier zu schnell? Oder schnell genug? Und so wie es aussieht... Produzieren wir die Kugeln... Schnell genug? Für das, was wir hier brauchen. Und dann ist es hier letztendlich noch die Frage... Wie weit reichen die? Und können wir die... Können wir da ein... Produzieren wir mehr... ...als das, was wir brauchen. Momentan schaffen wir es gerade... ...6 Maschinen am Laufen zu halten. Sieben. 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 Ich habe das Gefühl, da müssen wir noch... mehr... mehr tun, dass wir mehr Kugellager rausbekommen. Vielleicht eine Kombination mit Geschwindigkeit und Produktivität. Ich denke, hier ein Update von diesen zwei Maschinen und etwas schnellere Greifarme. Ein schnelleres Fließband hier. Und... Wir bekommen mehr raus. Und... Die Frage, ob es genug war... ...werden wir nächstes Mal beantworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wenn wir rausfinden, produzieren wir genug, dass wir hier alle Maschinen an den Start bringen. Und was brauchen wir zusätzlich, um da vier grüne Fläschchen pro Sekunde zu produzieren. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.